Das E-Portal der MGS hilft, Ärzte mit Patienten zu vernetzen, hilft Ärzte mit Versicherungen zu vernetzen und Ärzte untereinander zu vernetzen. Und diese Vernetzung hilft nicht nur dabei, Prozesse zu verbessern, Prozesse einfacher zu machen, Kommunikation einfacher zu machen, sondern hilft insbesondere dabei, die Behandlung, die Therapie, die Diagnose von Patienten auf ein höheres Level zu bringen, dadurch, dass man alle Informationen, die verfügbar sind, auch zu der Zeit benutzt, wo der Arzt sie braucht. Und das hilft, Menschenleben zu retten, das hilft Patienten, Geschichten zu verkürzen, in dem Sinne, dass sie schneller wieder gesund sind.